Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Minecraft-Projekt. Hier mit dem Gibt-Mir-Fumund-Vierund-Sechzig-Schwarz-Druck. Wir haben uns hier schon ein Haus gebaut. Wir haben schon ein bisschen was gemacht. Wir wissen noch nicht, wie das Projekt heißen wird, aber ich kann euch schon mal so viel verraten. Beziehungsweise euch, dass unser Projekt so in Richtung des Publikums gehen sollte. Also ihr könnt praktisch in die Kommentare schreiben, wie unser Minecraft-Projekt heißen soll. Und ja, das dürft ihr entscheiden. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Video. Ich bekomme irgendwo einen Enderman. Nein, ich sehe den Enderman nicht mehr. Siehst du den Enderman noch? Okay. Also wir werden auch noch einige andere Videos machen. So wie, ich denke mal, irgendwann kommen auch noch Rollplays. Also Rollplays. Das ist so Rollenspiel praktisch. Wird bestimmt auch noch irgendwann kommen. Aber jetzt machen wir erstmal unsere erste Minecraft-Serie. Das überlasse ich halt euch, wie sie heißen soll. Unsere Minecraft-Serie. Wir haben halt schon ein Haus gebaut. Ich habe auch noch einiges an Holz. Ich denke, Kaktusse werden wir schon verteidigt. Wir müssen zur Verteidigung das Haus hernehmen. Und ja. Viel mehr zu sagen gibt es eigentlich noch nicht. Weil wir ja jetzt erst schon in der Anfangsfolge sind und noch gar nicht wissen, was wir für das machen müssen. Und ja. Also der Enderman ist komischerweise auch weg. Wahrscheinlich war das grüß ein Back oder so. Vielleicht ist das da aber. Dann wollen wir nochmal einen Baum. Und ich denke, ich rappe mich mal ein bisschen runter. Ich hoffe schon mal vielleicht das Einwand Kohle oder Eisenung. Und ja. Dass wir dann schon mal die Bühne am Anfang haben. Und ja. Ja. Also, um nochmal drauf zurückzukommen, in den Ferien werden natürlich täglich Videos kommen, unter der Schulzeit in Bayern wird natürlich eher weniger Videos kommen. Wie gesagt, am Wochenende, wobei ich auch die Zeit habe, kommt natürlich dann auf die zweite Folge von diesem Minecraft-Projekt raus und ja. Ich denke mal, dass wir hier auch nicht mehr viel machen können. Ich kann noch eine Karte erstellen, weil die Startkarte habe ich bekommen. Das wäre ganz gut, wenn wir die schon so am Anfang benutzen würden. So, jetzt tun wir mal da das, das, nein. Das unnötige Dirt. Äh, geil, jetzt habe ich eine Holzspürzacke bekommen. Ja, obwohl ich selbst Dirt habe und selbst Dirt, aber okay. Opsi, Entschuldigung. Äh, okay, nice. Auf der Karte ist einfach mal das Gericht unseres Konfadres. Es kommt gerade ein bisschen rum, ich weiß, aber es geht halt nicht anders da. So, jetzt haben wir uns ein bisschen ausgerüstet. Wir können auch noch zwei weitere Ton machen. Ich weiß, es backt jetzt gerade ein bisschen rum, aber das ist halt am Aufnehmen und das halt, das, ähm, ja, wie soll ich sagen, das ist dann blöd ist. Und, ähm, ja, aber, da ist es schon der erste, der erste Leib, das heutigen Abend, ich weiß jetzt auch nicht, wie wir die Nacht verbringen sollen. Aber ich kann auf jeden Fall nochmal einen Fackel aufbauen, dann haben wir es schon mal ein bisschen feller. Und, ja, also ich werde das irgendwie noch fixen, dass das nicht so verpackt ist. Muss mal schauen, vielleicht öfterer aufnehmen, dass das so mit dem Aufnehmen ungewohnt ist. Naja, ähm, und, ja, also das ist auch so Tröberes für die erste Folge. Also, ähm, Wir können das jetzt eh noch, wir können nicht mehr viel tun. Das war es jetzt erstmal für das Anfangsvideo von Minecraft. Je nachdem, was am meisten in die Kommentare steht. Und dann würde ich sagen, macht euch einen schönen Tag und haut rein und... Dann Vielen Dank.